Nee, ist ja gar nicht cool. Ich auch. Die Folge noch, ne? Danach muss ich hochladen, weil es dauert wieder drei Jahre. Weil eine Folge ist einfach 25 Minuten lang. Man braucht 20 Jahre, bis sie so hochgeladen ist. Und dann kann ich erst TikTok... Aber ich mach nicht viele TikToks. Ich mach nur so fünf Stück oder so. Okay. Ja. Na, 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 na. Aber, äh, du musst auf jeden Fall die Abstimmung. Wenn du die musst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man eine Abstimmung macht. Nee, einfach nur, dass sie so in die Kommentare schreiben, weißt du so. Ich hab ja gesagt, sie sollen in die Kommentare schreiben. Ja, wenn sie sich das anschauen, dann werden sie in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, dann... Das musst du in den Short machen, weil Videos schaut sich keine an. Eben. Ich werde aber, Digga, ich brauch drei Jahre, bis ich die Stelle wieder rausgesucht hab, wo du den Kack sagst, Digga. Bis ich mir das ganze Video... Alle Videos nochmal reinziehen, Junge. Oh, mach's für Fortnite. Nein, nicht mehr. Und dieses war letztes Video, glaube ich. Ja, letztes Video ist 25 Minuten lang, Junge. Na gut, mach's für das. Was guckst du so doof mit deinem Kack-Anzug, Junge? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ach, lol. Das ist Luca. Das ist Luca. Nein, das ist Luc, Fred. Nee, das ist Luca. Nee, nee. Lukas. Junge, was macht der denn jetzt da hinten, Alter? Ich seh deine Feder und deinen Namen und deinen Federnamen. Das ist sehr schön. Achtung, rot von hinten. Nee, Junge, fast runtergefallen, deswegen. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, bäaum. Also, das war ein bisschen lost von denen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja. Das ist einfach clean. Ja, perfekt, genau. Ah, Junge, ich lauf rein, Digga. Auf einmal macht's einen TNT. Ja, ich hab den, was, ja, ich hab den. Jo, Junge, war das heftig. Alter. Ich hab die Beide gesprengt. Junge. Jo, wie cool. Digga, das war mies, krass. Das war richtig cool. Digga, das war ehrlich heftig. Ah, okay, es gibt eine Pumpkinator, West. Irgendwie, keine Ahnung. Aber die gibt's. Schön. Und ich weiß nicht, was die macht. Ich glaub, die spielen Fortnite. Ja. Warte, klatscht. Warte, klatscht. Wo kann man noch klatschen? Komm, lass mich klatschen. Ich klatsch alles. Hier kann man klatschen. Warte, klatschen. Ich hab das gehört. Nein. Ich hab wirklich die Lautsprecher gehört. Oh Gott, Digga. Oh, nee. Das hab ich auch gesehen. Das hab ich gesehen jetzt. Oh Gott, ein Hebel. Ja. Ich verlege Hirnzählen bei dem Spiel. Erfolg freigeschaltet. Du kannst das nicht machen. Don't worry about it. Drop it, na. Na, 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 na. Na, na, na. Shit, shit, shit. Gumbab. Untergeworfen, du Laten. Ich hab unser Bett 69 mal abgebaut. Ich bin zufrieden. Echt? Ja Das ist so schön Steht jetzt im Chat Du kannst dein eigenes Bett nicht zerstören 69 Mach ich gerade Du weißt schon, dass Gandalf und Türkis, also Gandalf ist gelb und Ja Also die sind da gerade Du machst das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gut Easy Wartest 69 mal? Wow Wow Kennen sie diesen Wow-Mien? Wow Wow Ey, komm jetzt Mach nicht diesen Schatz von dem Ey, was Stammt der denn Wie so'n Sohn? Bau mal zu schnell Oh, Digga Oh, der hat ganz wenig Leben Bau zu jetzt Äh 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 Ja, nur damit sie ihm auch klar ist, ne? Was? Ich hab ne Bettdiefens gemacht Okay Sehr gut, ich schau sie mir gleich an, warte Oooooooohhhhhh Alles professionellige Butterflyt Was mach ich mit? Jetzt hab ich keine Blöcke mehr Ich hab über nen Steak einfach verbraten Mach ich gerade auch, also ich hab nur nen Steak, aber der kommt jetzt hier schön weg Machen da jetzt Käsekuchen draus, okay? Da sind, da ist Gelb und Gandalf, glaub ich Ich weiß noch nicht, wo sie sind Ah, da sind sie Jaaa Wo ist hier irgendwas? Junge, ey, wo kommt der? Digga Okay, ich muss ausmachen Okay Viel Spaß Ich, ich hab, also ich würde wirklich gerne jetzt heute Abend noch die Abstimmung mit YouTube Short sehen Das wäre ja das einzige YouTube Short, was ich gerne sehen würde Da würde ich mich freuen K. Michael hat Gandalf bis zum Rand gedrängt Die haben geteamt, ja? Das fand ich unfair Finde ich falsch Äh Ich öffne noch eine Mystery Test, vielleicht kommt was Ultralegendäres raus Nee Jo, was gewöhnliches Scheiße, ey Uh, war nicht so Geil Geil, geil, geil Junge, das nimmt grad in fucking 6,5 FPS auf Willst du mich eigentlich ver-gack-eiern? Leute 5,8 Ja, aber das ist mir egal Oh, 7 Auf Wiedersehen Laden Sie die Chance hoch Auf Wiedersehen, laden Sie die Chance hoch Abonniere